Hi, hi, hi ihr lieben Freunde! Herzlich willkommen zum Let's Cook Into des neuen Add-ons von The Sims 3, Inselparadies. Wir besprechen in dieser Folge die Inhalte, alles was es Neues gibt im Creative Sim Modus, sowohl als auch im Bau- und Kaufmodus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, ich bin Penedika und ich spiele mit dir und dir und dir. Im Creative Sim Modus haben wir natürlich neue Frisuren, auch für die Damenwelt. Vier an der Zahl, wer sich die genauer angucken will, kann natürlich jederzeit auch mal Pause drücken. Ich werde nicht so viel dazu sagen, ihr seht ja alles selbst, macht euch euer eigenes Bild, macht euch eure eigene Meinung. Hier haben wir die Frisuren mit Accessoires, auch davon sind es nicht so viele. Ja, Kleidung, Oberteile für Frauen, da gibt es schon ein bisschen mehr zu sehen, sehr an dem Inselthema auch angelehnt. Auch einiges so ein bisschen im Hispano-Look, so ja, leicht lateinamerikanisch vielleicht, hier sowas zum Beispiel. Ansonsten finde ich die Klamotten für die Frauen eigentlich ganz gut gelungen. Ist jetzt nicht das bahnbrechende Teil dabei, aber die sind schon ganz nett. Und ja, hier wieder so ein bisschen Bolero-Jäckchen-Style. Und dann natürlich auch alles so ein bisschen seriöser, falls man sich dazu entscheidet, die neue Karriere anzugehen des Ressortleiters. Und das, was ihr eben gesehen habt, das war dann eher so für den Freischwimmer, nein, für den Rettungsschwimmer natürlich. Ja, bei den Unterteilen dominieren auf jeden Fall für die Frauen die Röcke ganz stark. Sehr, sehr, sehr viele Röcke. Ich glaube, nur eine kurze Hose oder so gibt es. Es gibt natürlich auch Wiederkombinationen, sehen wir hier, alles ziemlich frisch, luftig. Ja, auf der Isla Paradiso ist eben nie Winter, so sieht das hier zumindest gerade aus. Ist auch alles so ein bisschen im Hippie-Look. Ich finde es persönlich sehr schön, mir gefällt es extrem gut. Vor allem auch, ja, diese bunten Farben finde ich alles wirklich sehr gut. Kann ich mir gut vorstellen, eine meiner Siminen auch mal so anzuziehen. Schuhe leider nur ein paar für die Damen, hier Riemchen, eine Sonnenbrille haben wir als Accessoire und die Pfeife für die, die sich für die Rettungsschwimmerkarriere entscheiden. Oder wenn man widerspenstliche Kinder hat, wer weiß. Es gibt natürlich auch neue Badekleidung, ist klar, bei einem Inselparadies Addon muss es natürlich ganz viel neue Badekleidung geben. Die Badeanzüge für die Damenwelt finde ich sehr gut gelungen. Und wer sich für eine Karriere als Taucher entscheidet oder das einfach nur zum Sport betreiben will, der findet natürlich auch die komplette Ausrüstung samt Schnorcheln und Gasmaske. Nein, diese Taurermaske gibt es eben jetzt auch. Es gibt auch neue Persönlichkeitsmerkmale, einmal schwimmbegeistert, diese Sims fühlen sich im Wasser wie zu Hause und finden ein besonderes Vergnügen darin, sich in den Fluten aufzuhalten. Segler lieben das offene Meer und halten sich lieber auf einem Boot auf als an Land. Ihre Erfahrung auf dem Wasser sorgt dafür, dass sie besser Flüsse fangen können und seltener seekrank werden. Außerdem gibt es noch neue Lebenswünsche. Große Entdeckerinnen, alle unentdeckten Inseln besitzen. Es gibt mysteriöse Landstriche, die noch von keinem Sim entdeckt wurden. Um sie zu finden, musst ein Sim Segel setzen, sich auf hohe See hinaus wagen und in die tiefsten Meerestiefen tauchen. Lass nichts unversucht, um diese unentdeckten Inseln zu finden und für dich zu beanspruchen. Außerdem gibt es noch die Tiefseetaucherin oder den Tiefseetaucher. Um diese zu erfüllen, sollte man seine Tauchfähigkeit perfektionieren und 40.000 Simulions durch den Verkauf von Tauchsammelobjekten verdienen. Der Grund des Ozeans birgt Schätze und Geschöpfe. Die Sims, die an Land bleiben, nie zu sehen bekommen. Nur die tollkühnsten Taucher überstehen die Suche nach Kostbarkeiten in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Vergiss deine Sauerstoffflasche nicht! Des Weiteren haben wir noch das Resortimperium. Um ein wahrer Hotelmogul zu werden, muss dein Sim Mitarbeiter führen, Profit erwirtschaften und seine Gäste stets zufriedenstellen. Hat dein Sim erst einmal das perfekte Resortimperium errichtet, werden Gäste aus aller Welt herbeiströmen, um einen Aufenthalt in deiner Luxusoase zu verbringen. Zur Erfüllung 5 Sterne Resort besitzen und 40.000 Simulions mit den Resort-Einnahmen verdienen. Die Küstenretterin. Jeder kann Rettungsschwimmer sein, aber ein Sim, der andere Sims vor dem Ertrinken rettet, ist ein echter Held. Sei der Held deiner Stadt. Als Rettungsschwimmer 50 Sims retten, das ist die Aufgabe. Gleichberechtigung auch für die Männer. Auch vier Frisuren hier, die ich persönlich, zumindest die meisten, auch ganz nett finde. Wir haben hier auch mal endlich wieder einen schönen Rasterlook. Kennen wir ja jetzt auch schon von Studentenleben. Ja, hier mit Hüten, einmal Strohhut, einmal mehr so Bolero-Style und die Taucherkappe. Das war's dann leider auch schon mit Accessoires-Geschichten bei den Männerfrisuren. Das ist ein bisschen mau. Auch hier ein bisschen Hispano, viele Hemden, 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 Hemden. Mit Druck, ohne Druck, mit Vordertasche, ohne Vordertasche. Ein Westchen gibt's hier. Und hier auch so, da sind mit den Rüschen-Plüsschen, ist natürlich hier auch extrem schick. Trischig. Ja, dann haben wir hier, das ist ein bisschen lässiger und nochmal ein bisschen lässiger für die jüngeren Sportfreaks auf der Insel. Ja, und dann eben auch hier die Schwimmweste und das Bademeister-Anzügchen. Und dann haben wir natürlich bei den Hosen Unmengen kurze Hosen, die man dann auch als Badehosen verwenden kann. Da gibt's wirklich jetzt mittlerweile eine große Auswahl. Hier mit einem Gürtel, die geht nicht als Badehose. Eine lange, die ich persönlich ein bisschen fragwürdig finde. Bei den Asses war es selbe wie bei den Frauen eine Sonnenbrille und auch die Trillerpfeife. So, dann kommen wir doch mal zu den Tattoos. Die sind dieselben bei Männern und Frauen. Eine dicke, fette Krake haben wir hier. Eine dicke, fette Meerjungfrau haben wir hier. Einen dicken, fetten Anker haben wir hier. Einen dicken, fetten Totenkopf haben wir hier. Und ein dickes, fettes... Ich weiß nicht, was das war. Außerdem gibt es noch zwei neue Musikrichtungen, die man wählen kann. Inselleben und Strandparty. Endlich haben wir wieder Neues für Kleinkinder. Hier für Jungs dieses Oberteil. Und für alle Kinder gibt es auch jetzt endlich Schwimmflügel, dass sie nicht ersaufen im Meer. Für die Mädchen gibt es noch ein bisschen mehr anzuziehen. Auch für die Kleinen ganz klein. Und für die Damen diese hübsche, schicke Frisur. Auch für die Mädels gibt es ganz viele neue Klamotten. Also für Kinder im Kindesalter diese seltsame Pfadfinder-Ausrüstung. Ganz viele T-Shirts mit verschiedenen Drucken. Das schicke Ärmellose hier mit dem Schleifchen oben an der Schulter. Dann gibt es hier auch noch so diesen, ja, dieses Neckholder etwas länger. Dieses, ja, T-Shirt Ärmellos. Und auch die Schwimmweste gibt es für Kinder. Das ist ja auch sehr hilfreich. Für die Mädels eine kurze Hose. Und ein schickes Kleid. Und natürlich zu den Schwimmflügeln passend noch die Taucherausrüstung. Die Jungs bekommen auch, denn das Pfadfinder-Ausfit, verschiedene T-Shirts, dieselben, die die Mädels hatten. Ihn mit denselben Aufdrucken und nochmal ein extra Ärmelloses, sowohl als auch den Taucheranzug. Und für die Teenies gibt es einiges, was es für die Erwachsenen auch gibt. Nicht alles, aber lasst euch überraschen. Das wohl allerneueste im Bauernkaufmodus sind die neuen Hausboote, mit denen man auch übers Meer schippern kann. Für das Badezimmer eine neue Dusche, beziehungsweise Duschbadkombination. Und die Komplettkombination mit Toilette integriert sehr praktisch für eine kleine Kombüse. Ganz viele Tische, 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 Tische. Ein Bett. Ein Bett ist nett. Ganz viele Stühle. Stühle, 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 Liegestühle. Bänke, Hochstühle. Alles. Auch ein Zelt. Das gucken wir uns jetzt gleich mal an, wie das Zelt ausgepackt aussieht. Wir platzieren es auf unserem Hausboot. Was nicht funktioniert. Wo ist unser Zelt? Ah, Unterwasser. Ein Unterwasserzelt. Sehr schön. Dann gibt es die neue Unterwasserkamera. Es gibt auch neues Entflammbares. Probieren wir doch gleich mal aus. Das hast du aber schön gemacht. Juhu. Und die neue Laune. Heiße Sohle. Lampen. Lampen, 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 Lampen. Es geht uns ein Licht auf. Das sind sehr hohe Lampen hier teilweise. Die passen eigentlich nur in zweistöckige Räume. Und hier haben wir auch Blumen. Blumen, 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 Blumen. Sehr schick. Bilder, 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 Bilder. Ohne Rahmen, mit Rahmen, mit Muscheln. Sehr schön. Und ein bisschen Pin-Up. Dieser schicke Rahmen hier ist, um Durchgangsbögen zu verzieren. Sehr gelungen. Hübsche Fenster haben wir auch. Wo du reinschaust, kannst du auch rausschauen. Das hier ist fürs Dach von eurem Haus. Nochmal fürs Dach und nochmal fürs Dach. Und nochmal fürs Dach. Schild. Noch ein Schild fürs Dach. Oder auch für unten. Und noch ein Schild. Auch eine hübsche Dachkuppel. Brunnen, Brunnen, Brunnen. Schauen wir uns mal an, wie die angeschaltet aussehen. Wo ist das Wasser? Keiner dieser Brunnen gibt Wasser von sich. Boah. Okay. Da kommt nichts raus. Wo ist denn das Wasser? Hier ist der große Mörderbrunnen. Auch nicht schlecht. Unser Hausboot ist schon voll. Ja, Verzehrung, Verzehrung. Das hier ist wieder fürs Dach. Ein Schild, ein Hai, ein Papagei, ein Schirm und noch ein Schild. Das ist toll. Da kann man seinen Liegestuhl drunter stellen und sich einen Cocktail schmecken lassen. Bootsanlegestellen, auch super. Und ein hübsches Bootswägelchen. Da zeige ich euch jetzt mal die tollen neuen Boote. Das hier ist ein kleines, ich glaube es ist ein Tretboot. Ein Paddelboot, ein Schwan, ein Jetski, ein Segelboot und ein Motorboot. Und ein großes Motorboot. Motorboot-Wahn. Wuii, Papi. Und wenn euch der Papi dann auf Ruhrsee rausgeschmissen hat, gibt es auch noch ein Taxiboot. Juhu. Dann gibt es die neuen Rutschen für in den Pool rein. Sieht man jetzt hier besonders gut. Ich kann die auch aus irgendeinem Grund nur oben hin machen. Wasserfälle gibt es auch für einen Pool. Poolwasserfälle, Poolbars. Sieht man besonders gut, wenn man keinen Pool hat. Neue Türen. Die Poolbar ist übrigens ziemlich cool und der Poolwasserfälle eigentlich auch hätte, wenn man einen Pool hat. Türen, 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 Türen. Viele neue Türen. Sogar Garagentore. Tore, 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 Tore. Garagentore. Ja, noch ein Garagentor. Schick. Und ein hübscher Durchgang. Den kann man allerdings nicht mit dem Durchgangsverzierer verzieren. Noch mehr Fenster. Fenster, Fenster. Übrigens hier mal mit Fensterläden. Findet ihr auch sehr schön. Leider kann man natürlich nicht manuell auf und zu machen. Schicke Säulen, schicke Säulen, Papagei-Säulen. So, und hier haben wir die neuen Tapeten und Farben und Wellen. Yeah. Ganz viele Tapeten. Neue Tapeten. Und Blumen. Die kann ich euch leider nicht hier zeigen, weil man Blumen nicht auf Hausboote bauen kann. Zumindest nicht solche. Da gehen wir jetzt einfach hier mal so durch. Guckt es euch an. Drückt Pause. Lest es euch durch, wenn ihr möchtet. Ich werde es nicht tun. Wir sind nämlich die pseudolustigen Sprüche von Sims. Manchmal doch ein bisschen zu pseudolustig. Ja, Steine haben wir auch. Die gehen auf dem Hausboot. Nein, das Hausboot geht nicht unter, wenn ihr es mit ganz vielen Steinen vollpackt. Sehr schön. Ja, und dann haben wir hier noch die neuen Stadtsachen, die ihr eben aufbauen könnt, wenn ihr eure eigene Stadt verziert. Und das war es dann auch schon im Großen und Ganzen mit den Inhalten des neuen Addons Inselparadies. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich werde mich jetzt hier mit meinen neuen Hispano-Sims ein bisschen beschäftigen. Wir sehen uns in einem meiner Let's Plays oder im nächsten Let's Cook Into. Ich bin Penedika. Ich spiele mit dir und dir und dir. Macht's gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020